Ist das der schönste Tod bei Sims 4? Thomas war früher mal ein richtiges Schlitzor, mittlerweile ist er ein Senior. Seine große Liebe starb vor einigen Jahren, den Stress mit einer neuen Frau wollte er sich sparen. Doch dann klingelte es an seiner Tür. Es war die neue Nachbarin mit einer Frage. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht eine Waage? Für beide weißen Liebe auf den ersten Blick, es machte einfach Klick. Und auch im Alter haben wir natürlich noch ganz viel Spaß. Im Bett, im Freien, im Stall. Doch was schreckt, das letzte Mal war wohl zu wild. Das Techtelmöchtel hat ihn einfach gekillt.